war das jetzt ist auch kein bord stein fressen das heißt den bord stein fressen kann man das bei einer erklären hier müssen wir aber hier ist noch irgendwo rüstung nach da oben wie komme ich denn da rein vielleicht von diesem weg da das würde sinn machen wie komme ich dahin okay darüber nee nicht hier sondern da ups ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen ich stecke fest ernsthaft nein ernsthaft doch es geht okay ich dachte schon ich dachte ich müsste mich das umbringen das wäre jetzt bitter gewesen wir kommen noch raus so wieder hier hoch hier hoch und jetzt müssen wir mal gucken jetzt sind wir hier genau jetzt wollen wir hier hoch und dann müssen wir hier hoch verstehe geheimnis gefunden geheimnis gefunden nice 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 so ich muss jetzt zurück jetzt jetzt rüber geschafft zurück ganz am anfang jetzt sind die richtung ne ja hier haben wir alles ich bin guter dinge dass wir hier alles haben ungültige schlüsselkarte schon wieder kommen blaue schlüsselkarte als hätten wir nicht erst eine eingesammelt hier runter ich gehe mal hier runter ach das war da die rüstung ok jetzt sind wir also hier hier könnten wir jetzt noch weiter runter also da ganz runter können wir nicht wir können nur da rüber gehen aber da ist nichts mehr wobei na gut das ist ja schon noch was hier ist ja eigentlich schon noch was hier ich glaube hier werden wir hochgeschossen deswegen gestört es mir nicht hin ich schau mich erstmal um hier ne alter wie es hier auch aussieht krass ne richtig krasse schmelz anlage oder oder schmiede was auch immer die hier halt tun ich weiß nicht ob ich von da aus rüber komme ich geh mal hier über hier lang wo ist er hin wo ist er hin wo ist er hin toller typ lässt er mich den ganzen weg hier lang laufen dann haut er ab ist das wieder ein geheimnis oder nö nö kein geheimnis okay ne nö 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 weiter geht's dämonische Bedrohung reduziert um 25% ähm hier muss ich schlagen oder? ja doch direkt darunter, aber ich weiß nicht ob ich das überlebe das halt immer mal so da brauchen wir nicht hin wo sind sie? da okay, dann haben wir platt gemacht, so, wo sind die anderen? da, komm her, du auch, halt's maul, jawohl, zerstört, das schreiben wir auch noch, und Floricle, jawohl, geil, hätt ich mir sparen sollen, aber egal, ach da vorne ist ein Nest, okay ich geh nicht, ich nehm die Treppe ich bin ja ein ordentlicher Mensch, ich nehm die Treppe ach, hier kommen wir da wieder ganz nach unten, okay da will ich ja aber jetzt nicht hin wenn hier kommen wir hier rüber könnte ich auch würde ich sagen, ab geht's, oder? und noch die Mund, ich sammle noch die Rüstung jawohl, rausgerissen und Gloricle, ich will den Gloricle, jawohl dich auch dich auch ich bin getötet, tut mir leid und Gloricle, jawohl, den kriegen wir auch und den kriegen wir auch nice ja, hier, da, zack da ist einer oh, geil ja, richtig geil auseinander also nicht geil im Sinne von, ich werde jetzt geil, sondern geil im Sinne von geil, äh, ja, ich glaube, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus geil, geil oh, jetzt kommen wir hier lang na, wo ist ich, wofür schlägt es uns denn hin? da oben, oh, da oben ist eine Zelle, da wollen wir auch hin wir gehen, ja, wir gehen mal den Weg weiter, würde ich sagen ja, wir gehen mal weiter oh, gut direkt Gloricle direkt Gloricle die schlagen sich selbst aus Versehen und machen sich dann kaputt voll witzig Waffenpunkt erhalten aber warum? war das schon wieder ein Geheimnis, oder was? nee Herausforderung beenden, warum habe ich den jetzt Waffenpunkt erhalten? ja, ich beschwere mich nicht ich nehme ihn gerne ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? fick dich doch, ey wo ist denn der andere? hinter mir, ne? da was hast du davon? jetzt sind wir hier auf dem richtigen Weg zu dem anderen Teil genau, weil hier in der Mitte also da schwebt noch irgendwo so eine scheiße von dem will ich nicht angefasst werden ist er tot? okay, gut ja, irgendwo da ist das Teil irgendwo hier ich kann ja mal witzigerweise hier runter es ist doch Monster Imp was auch immer uns das jetzt sagen will ich habe gerade keinen Bock nachzulesen ich will erst mal wieder weiterkommen so, hier gehen wir hoch hier ist unten ist glaube ich sind es nix so, dann müssen wir den Weg hier weiter und dann müssen wir glaube ich hier ne hier sind wir rein ups ich komme auch wieder hoch jetzt schon hier nach dem Ort aus an dem wir hinwollen du auch auch hier wohl wenig Munition boah ganz knapp ausgewischt kommt her all seinen Maul mit einer scheiß Höllenzauberei Geil glory kill oh dann ah nein, ich will nicht runterfallen sicherheitspunkt erreicht der hat irgendwas ah, ne Schlüsselkarte cool oh what okay nicht so geil aus da ist ein Figürchen die Frage ist wie kommen wir hin zu den Figürchen hinten ist ein Zeller da müssen wir eh noch hin für das eine Nest und sagen guck mal dass wir irgendwo das Figürchen herbekommen dann müssen wir eh lang hier hoch das muss halt hier irgendwo sein aber, oder ja das muss irgendwo hier sein das kann natürlich auch hier unten drunter sein aha gefunden cool besessen das ist ein Technikmodell Vault Vault-Typ okay ungültige Schlüsselkarte was ungültige Schlüsselkarte okay dann gehen wir außenrum und gehen hier rein das nehmen wir noch mit da oben das könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen ne da kommt man nicht dran oh von hier aus oh was oh hab ich mich erschrocken ey und glory kill gib ihm irgendwas hat das denn ey hellengetaille junge junge ey so dann kriegen wir der killt auch noch einen komm jetzt verreckt doch danke wo ist noch einer ne wo ist noch einer da und zack in die Fresse ich mich eben erschrocken ich dachte hier wär nix mehr tja ich bin getäuscht komm ich denn da oben dran das die Rüstung und jetzt wär sie wieder ganz praktisch eben hab ich sie nicht gebraucht aber jetzt wär sie wieder ganz praktisch so okay gut so komm ich also dran ähm wir sind wieder hier und achso wir wollen ja einfach nur nach wir wollen einfach nur nach vorne stimmt ja auch ungültig ja wo dürfen wir denn rein auch ungültig ja wo zum geier dürfen wir denn mit der karte rein haben wir hier noch irgendwo eine tür wo wir nicht reinkommen wir können natürlich auch gucken dass wir erst hier drüben irgendwo hinkommen machen wir jetzt auch nur mal diesen weg hier lang Achtung Kerntemperatur start ich mach mir so platt lohnt sich da quasi gar nicht Munition zu verschwenden dann müssen wir uns mal drin teilen danke ok dann können wir auch noch ein Glaube kill dann können wir die da alles rumrennen so dann haben wir auch hier ist noch Heilung wieder einen Waffenpunkt erhalten für was denn für was erhalte ich denn als Waffenpunkte ich will es doch einfach nur verstehen verbessert der Lader oh ein Artefakt geil sehr nice so wir erhöhen die Munition 30 cool 100 200 nice lohnt sich sogar hier die Munition abzugraben fette Sache so da haben wir das Artefakt wo müssen wir hin da hinten müssen wir hoch da sind Türchen da müssen wir hoch alles klar da hinten ich seh's schon da wo es so ein bisschen grün leuchtet boah was bei dem los ey was bei dem los ey alter mir gibt 5 Leben einfach dieser Höllenritter ja 5 Leben das ist die lächerlichste Ausbeute erworben Engagement wir könnten wieder was aktivieren wir wollen uns aber erst nochmal umschauen ob es hier nicht noch was zu holen gibt da hinten da hinten geht's zum Püppchen nein mal erstmal hier hin achso das war wieder nur so eine Information und zwar Informationen über urc personal personal Hayden da geht's rund da schon wieder so einer ey nice komm gib ihm jawohl das war ach das ist Bordstand fressen ok ich verstehe das müsste jetzt auch als Bordstand fressen zählen und schade das ist jetzt wieder nicht das hat nicht gezählt das Bordstand fressen warum denn nicht hm ok da haben wir dann die Dings noch mit kaputt gemacht natürlich doof gibt hier so ein bisschen was von dem rum Achtung Kerntemperatur steigt uiuiui da hinten schon wieder überall steigt die Kerntemperatur was soll das denn was soll das denn können wir hier durch wir könnten es probieren aber wir lassen es lieber das ist wieder so ein Püppchen das ich übersehen habe ich will das Püppchen einsammeln das ist ah das ist hier oben ah das muss irgendwo hier oben sein oder einfach da drin das könnte gut auch sein Geheimnis gefunden Plasma Plasma Munition Prototyp ah Bordstand fressen ok so geht es auch so wir bräuchten aber erstmal ein bisschen Rüstung weil wenn ich hier jetzt echt Tricks versuche um das Bordstand fressen noch voll zu kriegen dann ähm möchte ich das eigentlich nicht machen mit äh also ein bisschen Leben aber gut wir haben die Rüstung bekommen würde ich sagen dann haben wir uns wieder das Auge was auch immer es sein soll es ist immer noch ekelhaft Bäh Puhi Bäh es zählt nicht als Bordstand fressen okay das ist auch nicht das war ja jetzt aber irgendwie klar das sind auch nicht so einer schon ach du scheiße so einer schon wieder Toll danke Spasti ey richtiger Pisser auch kein Bordstand fressen schade und da oben lebt doch noch einer oder? ach der hat ja auch Platz gemacht ach kacke müssen wir mal gucken ob wir sie noch äh noch nebenbei irgendwie bekommen bei anderen Dämonen die so rumdümpeln hier irgendwo so 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 Vielen Dank.